Schlecht geworden ist mit bei ihm das letzte Mal. Was machen die denn hier? Mein Gott, geht die Kiste voll rein. Aber ja, ist ab. Alter, hier geht der erst richtig gut ab. 4.000 kmh. Keine Sorge wegen der Geräusche. Nö, ich kenne das so. Ach du Scheiße. Das ist doch der, der gerade noch ohne ist. Die sind so beschwer. Sie ist total. Das ist komplett fratzen. Achse rausgerissen vorne. Aber sowas habe ich Respekt. Ganz ehrlich zu mir. Du musst ja nicht so schnell fahren, dass du dich überfährst. Eigentlich bist du selbst die beste Versicherung. Kameralfermin, genau. Einmal. Er hat versucht das zu erklären, aber ich war mit so vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt. Ich habe fast gar nicht auf das gehört, was er mir gesagt hat. Das ist sehr gut. Ichucke die Stadt. In der Nähe ist die Stadt. Dich? Jemand nicht mehr. Du bist so. Das ist so. Hśie. Ich gehe. Ich gehe. Komm, du bist hier. Komm, du bist nicht auf deinem Tipp. Ich gehe. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben die natürlich mit ihrer Leistung einen unglaublichen Vorteil. Was passiert, wenn du von der Linie runter musst? Ich habe irgendetwas mit dem, glaube ich. Ich habe einfach zu wenig Erfahrung. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt war ich bloß Luft ablassen, ich habe viel zu viel Luft in den Reifen. Woran ist das jetzt? Ja, dass der Kiste massiv über die Vorderräder schiebt und die Geschwindigkeit normalerweise noch nicht anfängt zu schieben. Die Vorderräder schiebt. Die Vorderräder schiebt. Die Vorderräder schiebt. Die Vorderräder schiebt. Ach du Scheiße. Ich stehe in der Zeit.